Moin Leute, mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 3 und ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play. Black Ops 2 ist heute angesagt. Ich habe gesagt, ich nehme heute andere Waffen, das mache ich auch. Die MK48 und die SMAW. Lassen wir uns rocken, zu uns zerstören Stand-Off Runde 1, Digga. So. Moin Moin Ascher. So. Selbst Ascher ist heute unser Special-Gest, Digga, aus den Vereinigten Staaten. Da ist er. Ascher, ganz oben an der Rangliste. Ascher, Ascher. Okay Leute. Natürlich bekomme ich es mit der Angst zu tun, wenn ich jetzt hier auf der Map rumlaufe. Besonders suchen und zerstören. Ihr wisst, das ist absolut nicht meine Map und da hat es mich doch erwischt. Aber das Spiel ist zum Glück jetzt schon vorbei. Söldner 1 zu 0. Gucken wir uns das letzte Intro an, aber die nächste Runde wird deutlich besser, denke ich mal. Wir spielen in dem Team der Seals. Natürlich 1 zu 0 für uns, das ist natürlich sehr gut. Und da haben wir den Ascher 19, der natürlich gleich mal der Sniper hier, Barrett 50 Call, hier rumballert. Leichtgewichtstähigkeit und Gewandigkeit, meine Perks. Wenn ihr die vielleicht auch mal nehmen wollt in einer Black Ops Runde, dann könnt ihr das gerne mal tun. Ja, das ist kein Problem, Digga. So. Ja, das Problem ist ja, wenn ich jetzt aufs Schlachtfeld laufe, bin ich gleich tot. Ich denke mal, ich muss erstmal Escorte leisten. Und diese Escorte, die werde ich jetzt auch mal schön leisten. Und da musst du mich auch jetzt nicht mit dem Messer angreifen. Sondern ich will jetzt hier hoch in das Haus rein. Und wir müssen jetzt einen kleinen Bodyguard hier spielen. So, ich bin hier in der Abstellkammer. Ach, ich schnapp mir jetzt einfach mal die Bombe schnell. So, Bombe ist erlangt. Ich denke, wir laufen zu Zielnummer B. Ja, Leute, in der Lobby, Ziel B ist es heute. A, B. Point B. Point B. Ich bin dunkel wie Alberto. Du kannst mich nicht sehen. Oh. Du kannst mich doch sehen. 1 zu 1, Leute. Spielbonus 73 EP. Die nächste Runde entscheidet. Mit Swarovski, Alter. Da kann er die Jungfrauen natürlich beeindrucken. Und dann bringt er auch noch mich um. Das passt ja wieder, Leute. Mann. YouTube Gamescom ist in dritter Stelle. Da steht 1 zu 0. 1 zu 1, Digga. Und unser Team ist schon relativ gut. Außer ich. Ich hätte ein bisschen besser aufpassen sollen. Das habe ich nicht getan, Leute, weil ich ein bisschen abgelenkt war. Ich bin auch gern abgelenkt. So. Volle Konzentration jetzt. Weil jetzt wird es gefährlich. Ich bin jetzt hier mitten in der Höhle des Lebens sozusagen. Weil hier laufen die Feinde wirklich rum. Als ob sie jetzt hier bummeln würden. So. 100 Punkte wieder erzielt. Wo liegt die Bombe? So. Sprengladen platziert. Ziel Nummer A. Und so gut haben wir es geschafft. Die Bombe ist jetzt platziert. 42 Sekunden. Das ist deutlich, deutlich zu lange für mich. So lange will ich gar nicht warten. Komm, wir müssen uns alle aufteilen. Das ist besser. Nur wenn wir uns aufteilen. Das bringt mehr, wisst du? Leute von heute. Es ist geschafft. 2 zu 1 Spielbonus. 181 Punkte. Jo. Ich denke mal, ich beende jetzt das Video. Und sage einfach mal ciao. Bis zum nächsten Mal. See you later, Alligator. Euer YouTube Gamescom. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.